Musik Herrenknecht ist einer der wenigen Anbieter von Tunnelvortriebsmaschinen. Diese Spezialgeräte sind zumeist unter der Erde zu finden. Bauforum24TV hatte exklusiv die Möglichkeit, so ein Gerät im Detail zu besichtigen. Wir stehen hier vor einer Tunnelvortriebsmaschine mit einem Durchmesser von außen 9,36 Meter. Der später gebaute Tunnelinnendurchmesser beträgt allerdings nur 8,20 Meter. Durch die Tunneldicke verringert sich der Durchmesser. Abgebaut wird das Material, wie man hier sieht, über die blaue Rolle durch die Drehbewegung. Das abgebauten Material gelangt in den Innenraum vom Bohrkopf, wird nach oben transportiert und fällt dann inne auf ein Förderband, das das Material nach hinten transportiert. Die Maschine hat 9,36 Meter Durchmesser, hat eine Gesamtlänge von ca. 150 Metern. Antriebsleistung haben wir hier 4200 kW. In dem Bereich wird dann später der Tübingring gebaut. Das heißt, hier hinten dran gibt es noch einmal ein Eisenrohr, das nennt sich Schildschwanz. Und in dem Schildschwanz wird der Tübingring fertig gebaut. Das geschieht mit diesem Bauteil, der nennt sich Erektor. Und die Tübingsteine werden mit Vakuum angesaugt. Tübingsteine haben ein Gewicht von 8, 8,5 Tonnen und hängen dann praktisch nur am Vakuum. Durch diesen Zugang werden dann später oder im Reparaturfall die Rollenmeißel gewechselt. Auch wenn sonstige Reparaturen zu erledigen wären, hat man hier den Zugang in den Bohrkopf direkt vornherein. Und kann sich dann den Bohrkopf so hindrehen in die gewünschte Arbeitsposition. Also hier ist die Schaltzentrale. Von hier aus kann man über Monitoren genau sehen, wo die Maschine steht, welche Funktionen im Moment aktiv sind. Dann kann man hier über Kameras die Förderbänder kontrollieren. Auch vorne den Bereich vom Segmentfeeder, wo die Tübingen angeliefert werden. Dann gibt es einen Fehlermeldungsmonitor, sage ich mal. Sämtliche Fehlermeldungen, die auftauchen, werden dann angezeigt. Dann gibt es einige Fehler, die den verforderten Stillstand der Maschine auslösen. Hier sieht man jetzt den Druck von den einzelnen Vordriffspreisen. Von den einzelnen Gruppen. Die sind immer in Gruppen aufgeteilt. Das heißt, nicht jeder Zylinder hat ein Wegmesssystem und wird Druck überwacht, sondern immer gruppenweise. Über Podis kann man dann entsprechend zum Beispiel unten schneller fahren oder oben schneller fahren oder rechts oder links, je nachdem, wo die Maschine hin muss. Oder wenn man Korrekturfahrt macht, wo man ausgleichen muss. Dass dann am Ende vom Vortrieb der Ring wieder genau dorthin passt, wo er hin soll. Die Montagezeit haben wir jetzt im April angefangen. Das heißt, vier, fünf Monate sind wir da schon dran. Die Montage dauert wie lange? Ich schätze mal hier drei bis vier Wochen. Und dann die Montage an der Baustelle? Im Bereich von sechs, sieben Wochen steht das Ding dann. Rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv